Heute, wenn Drachenlord Synchronsprecher wäre, präsentiert von Meme-Container Hier nochmal deutlichen Aufruf an die Politik und ans Innenministerium von Bayern und auch generell ans Ministerium von ganz Deutschland oder an die Politik von ganz Deutschland. Ihr müsst etwas gegen diese Menschen unternehmen. Ja, ihr hört es schon. Das ist kein Störgeräusch. Nein. Augen zählen als Organe, aber Ohren zum Beispiel, Haut, das zählt doch nicht als Organ. Sie könnten ein Serienmörder sein. Naja, so ein bisschen sehen sie auch wie alle aus. Das ist A. richtig und B. falsch. Alles klar, so ein Text, das sind bloß drei Zeilen eigentlich, weil ich die gerade geschrieben habe erst. Ich bin bei Dave, mein Bro, und schaue ihm zu. Voll am Rappen. Ich finde Rappen für Deppen. Doch mache ich mit bei dem Shit. Hier ist schon wieder Wingenblei. Es sind schon wieder 15 Mann hier. Hier schon wieder Rumschreier, mal ganzes Zeug kaputt machen. Hier schon wieder Filmen, mentirisch auf den Sack gehen. Warum? Warum? Komm, leck mich doch. Ach komm, ey, das kann man doch überhaupt nicht schaffen. Natürlich, Alter. Komm, leck mich. Leck mich. Leck mich einfach mal. Warum fährst du dich weiter? Was machst du denn da? Was? Was machst du da genau? Mal Schüttelähmung oder was? Was zitterst du so? Ich komme mir vor wie ein Film, Alter. Das ist doch nicht mal real. Die Leute kommen hierher. Ja, du bist schuld, dass wir hier sind. Wieso? Ich bin nicht der, der euren Körper gesteuert hat. Ich bin nicht der. Wenn ich könnte, würde ich alle Menschen auslöschen. Bis auf den letzten und danach Selbstmord beginnen. Metal, Leute. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Momentan gibt es ein Projekt, das nennt sich Projekt Brot. Oder Projekt Brot. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Yo, yo, yo. Yo, yo. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. 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 Vielen Dank.